ja leute da bin ich wieder ein video juli war irgendwie und kontrolliert und ja wir sind jetzt wieder bei bar und namen war und wie viel vor spiel anschauen leute okay wollen wir weiter wird doch hier sein oder das ist brutal und wie brutal er war das bloß ja werden sonst dass juri so die kontrolle verlieren kann hey was ist das spider bot wow unglaublich dass du das überlebt hast kleiner ist das ein handy ja die frau kann echt brutal sein die kopf lady hat das lager in der dritten angesteckt lady ich bringe die verletzten ich werde mich mit dem hauptrupp wegen heute nacht was sollte heute noch mal sein hast du dir den kopf angestoßen die große show der boss will alle in top form mach dich fertig und komm dann zum treffpunkt große show hammerhead muss etwas für die dons geplant haben ich muss rausfinden was am besten verfolge ich diesen winnie ich muss schnell zum mercy general ja mach mir komm jetzt geht schnell als juri das revier verließ sagte sie sie will jemanden das fürchten lehren doch nicht das macht mir solche sorgen sondern ihr gesichtenausdruck habe ich bei vielen kriminellen gesehen aber noch nie bei einem officer ja manche officer können doch mal auch ändern ja das ist wohl so oh ja wie geht das ich empfange signale aber ich muss näher ran um sie mit winnies id zu vergleichen jetzt muss ich nur noch das signal isolieren jetzt muss ich nur noch das signal isolieren nein nicht winnie der hier komm schon sei winnie sei winnie nicht winnie ich muss weitersuchen bitte sei winnie bitte sei winnie nicht seine id mist irgendeiner muss das sein ist ja nicht so einfach diesmal habe ich ein gutes gefühl nicht gut komm schon komm schon er muss noch hier sein ich fühle mich wie ein spion wieder komm schon komm schon ja das ist er danke winnie okay da ist winnie ich bleibe besser dran aber nicht zu nah laut winnie hat hammerhead eine show für heute abend geplant und sicher nicht am broadway oder in einer der nebenstraßen oder in einem hinterhof am ludlow broadway komm schon winnie gib mir etwas du bist meine letzte hoffnung er steigt in einen wagen schlechte idee winnie weißt du wie wertvoll dieser parkplatz war immerhin fällt sich still seit er die anderen sonst entführt hat ich vermute es hat etwas mit ihnen zu tun ich muss nur herausfinden was es ist und hammerhead vor juli erwischen komm weite ich aber wir folgen ja ich will dir ja nicht sagen wie du fahren sollst aber mal im ernst tu wenigstens so als würdest du die verkehrsregeln kennen … ok ... hierila von dem happend truck treffen ich sollte lauschen vielleicht erfahre ich mehr über die große cònucke heute Wann fahren wir denn zu der... Ja, ich bin zu schnell. Kann mal ja passieren. Hier will sich Winnie wohl mit dem Hauptdruck treffen. Ich sollte lauschen. Vielleicht erfahre ich mehr über die große Show heute. Ich kann nur lauschen, wenn ich versteckt bleibe. Wann fahren wir denn zu der Baustelle? Später. Der Boss will Mondlicht. Er mag es stimmungsvoll. Okay, sag Bescheid, wenn du Gino siehst, ja? Wir wollten uns hier treffen. Was auch immer heute Abend passiert, es passiert auf einer Baustelle. Aber auf welcher? Herr Mahit hat ein halbes Dumpen. Okay. Okay. Warte, warte. Geht es nachher zur East Side oder zur West Side? West Side, du Idiot. Komm schon. Ja, ja, tut mir leid. Innenohrprobleme, weißt du? Macht mich schusselig. Baustelle an der West Side. Das schränkt es ein, aber nicht genug. Ich muss weiter lauschen. Okay. Bitte Ruhe bei der Infiltration. Was zum... Ich übernehme jetzt den Wachdienst. Vielen Dank. Hm. Irgendwur noch welche geben, oder? Diese Gespräche. Ja, komm schon, Leute. Wo seid ihr? Ah. Wo zum Teufel ist Gino? Er sollte sich um den Zement kümmern. Die Show fängt pünktlich um neun an. Das muss laufen. Ich sehe nach den Mischern. Sie sind um neun bereit. Versprochen. Die Show beginnt um neun. Gut zu wissen. Aber mir fehlt noch der Ort. Hm. Viel gibt es nicht. Hier gibt es kein Gespräch, oder? Nein. Was? Was? Warum ist da ein Fraggezeichen? Ah, da hinten. Mann, halte Stelle A an der Vierunddreißig. Die Linie G fährt nicht mal in Manhattan. Was ist los mit dir? Lass gut sein, Mann. Ich bin aus Jersey. A an der Vierunddreißig. Alles klar. Himmel. Die Baustelle an der Vierunddreißig. Die Hudson Yards. Okay. Hammerhead plant heute Nacht was für die Dons bei den Hudson Yards. Ich sollte dafür sorgen, dass diese Jungs nicht dabei helfen. Ich sollte dafür sorgen, dass diese Jungs nicht dabei helfen. Nein, die Bone Bordette neun. Oh, oh, boah. Was ne Pause verdient? Hm. mit m da da drüben sind noch 2 das sind alle die schnell große show steigt offenbar heute Abend wieso nur habe ich das Gefühl dass das nicht gut ausgehen wird ja ja das schauen wir doch schon zwei keine Sorge okay Showtime hoffentlich bin ich angemessen gekleidet warum kann Hammerhead nicht wie jeder andere Kriminelle sein ein kleines Abfallentsorgungsgeschäft führen Trainingsanzüge tragen eine Menge Fleischbällchen verdrücken und gelegentlich ein paar Betrügerein ziehen warum hat er so viel Ehrgeiz vielleicht liegt es an der Platte in seinem Kopf ja ich bin ich Juri noch voraus wenn sie Hammerhead gegenübersteht könnte sie etwas tun was sie später bereuen wird naja Autosvorrat okay das hier nein das lasse ich mal und ich muss schnell und leise sein ich muss schnell und leise sein Das ist eine Foto-Bombe. 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 nein 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 an den sensor spinnt und so was ist das noch was schwingt in zorn habe ich doch irgendwo hier drin die unterstützung durch den platten bionetz warte mal anzugkraft spielten zorn wo komponiert blüte heute stelle hohe köder rock art bei der waffenrennen hier fachschaden irgendwo nein was sind denn sie spinzen zentrum überhaupt spinzen zorn hm ist die geisel tot das die die g die Sensoren kann man bestimmt mit einem Netz deaktivieren ja kann man und dann kann Leute später gibt es noch ein AMA also halten eure Fragen bereit wo denn kann schon mal aufhören so was so gut schreien schreien ja ich bin bewegt mit den Zorn ich glaube ich nein 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 habe ich bewege es spinnt und zorn was ist das nochmal ich meine wo was sind denn nochmal Comptech gepolster anstrengend Scanner Comanalyse hm ich bin nicht angreifen erste Hilfe Bio Scanner hm Lebenunterstützung Bionet nein ich muss schnell und leise sein ich ich liebe ja ich liebe ja ich liebe hm ja das ist eine Portobombe doch gar nicht wie schwer kann es sein sie mich sehen ist die geisel tot ja wieder keine gefahr diese sensoren kann man bestimmt mit einem netz deaktivieren und den leute später gibt es noch ein Ah, ja, ja. Ich habe einen Foto-Bomber. Meine Güte. Ah ja. 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 Ah. Ah. Ah ja. Ah. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. ich wollte gerade pause machen und dann nächsten video weitermachen ok jetzt also ich danke für zu sehen leute ich hoffe das hat euch gefallen und die däubchen hoch und wie schon gleich wieder also bis dann leute